Wie zum Beispiel Rosanna Rocco, sie versucht einen Widerspruch zu widerlegen. Sie sagt, ja das ist kein Widerspruch, sondern in der Bibel Gott ist der Arbeitgeber und die Schreiber sind die Arbeitnehmer. Und die Schreiber haben sich eben vertan. Danke, jetzt hast du zugegeben, dass wir uns gar nicht mehr auf die Bibel verlassen können. Denn Gott ist der Arbeitgeber und die Schreiber machen vielleicht Fehler. Ja, vielleicht haben die Schreiber die ganze Bibel falsch geschrieben. Danke, danke Rosanna. Ja, was soll man dazu noch sagen? Das hat wahrscheinlich was mit Ehrlichkeit und Pragmatismus zu tun. Kein ehrlicher Christ kann verleugnen, dass es Widersprüche in der Bibel gibt. Es ist weit bekannt, dass es Apokryphen gibt, die zwar in der Zeit der Bibel geschrieben wurden, aber nicht in den Kanon aufgenommen wurden. Und man kann die Bibel tagelang deuten und kriegt trotzdem kein eindeutiges Ergebnis. Das heißt also zu sagen, dass es ein göttlich inspirierter Text, der allerdings Fehler hat, ist noch die ehrlichste Meinung, die man haben kann, wenn man unbedingt Gott im Bild behalten will. Und es sorgt dafür, dass die ganzen peinlichen falschen Sachen auf Fehlinterpretationen der Schreiber geschoben werden können, anstatt auf die Dummheit eines allwissenden Gottes. Wenn ich zum Beispiel ein Buch hätte, in dem solche Sachen stehen wie Es gibt sieben Himmel und der unterste Himmel ist mit Sternen behängt, zum Schutz gegen Teufel. Die Erde ist der Mittelpunkt des Universums und die Sonne hat eine Umlaufbahn um die Erde. Würde ich mir wünschen, dass dieses Buch von irgendwelchen primitiven Wüstenfickern geschrieben wurde und nicht von einem allmächtigen Gott. Oder zumindest, dass es in der Interpretation besagter Werke einen gewissen Fehler gab. Immerhin sind bei den meisten Büchern, über die wir hier reden, mindestens elf Jahre stille Post mit dabei. Aber ganz davon abgesehen, ich finde es etwas erschreckend, dass du bereit wärst, einem tausend Jahre alten Buch zu folgen, nur weil das angeblich von einem Gott geschrieben wurde. Ich finde es immer noch erfrischender, selber zu denken. Ich finde es immer noch jemanden, ob es so klar ist wie ich jetzt in diesem Buch Untertitelung des ZDF, 2020